Freunde, willkommen zurück hier zu Pikmin. Und ähm, der Typ hat's echt auf meine Pikmin abgesehen, der Trottel hier. Hoffentlich kommt er auf mich mal wieder zu gerannt. Los, rauf auf ihn! Und mir reicht echt, ey, vor allem hat der wieder volle Energie der Olle Sack. Und viele Pikmin nützen hier echt gar nichts, will mir scheinen. Weil irgendwie, weil der Chip, da fallen sowieso so viele runter. Da bringt irgendwie gar nichts, kommt mal alle her. So. So, und nochmal rauf da auf sein Bein. So. Jetzt müssen wir schon bis zur Mitte. Guck mal, viele bringen gar nichts. Da fallen trotzdem mal so sporadisch ganz viele runter. So, okay, haben wir jetzt kaputt. So, zwei Beine sind schon putt quasi. Na, kommt her. Hält. Jetzt auch das Bein. Bom, und rauf! Gut, dann haben wir gleich alle zuddeln kaputt. Alle Fusselwuzzels. Alter Schwede, ey. Das kommt schon, Leute, ihr schafft das. Ihr schafft das, Leute. Yeah, okay, noch ein Fussel kaputt. Und wir alle raufkrabbeln. Kommt aber alle her, kommt alle her, Mann. Ja, wenn man den Überblick verliert, ja. Kommt alle her. So. Jetzt reicht's. Und jetzt bitte. So, okay. Heb hoch. Und rauf! Ganz schnell, Leute, ganz schnell. Jetzt macht ihr beide Beine platt. Ohohohoho. Okay. Okay, nochmal wollt ihr wohl nicht rauf? So. Rauf! So, und dann müsst ihr alle Haare verlieren. Leute, das ist das falsche Bein. Nur mal so. Aber ist ja egal, ne? Mann. Ja, toll. Fallen sie alle runter. Ihr sollt ja auch... Ihr sollt ja auch darauf gehen. Oh, die machen, was sie wollen. Fällt mir, glaube ich, so gerade mal auf. Okay. Kommt schon, Leute. Autsch, Mann! Kommt schon, Leute, kommt schon. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Dann jetzt. Halt. Mach. Ach. Kamera. Kamera, Kamera. Und wo ist denn der Scheiß-Kurser? Los, geh auf da. Ja. Okay, rau! Auf den Kurser. Yo. Alter, rauf da auf diese Scheiß-Vie. Ey, es meint ihr so platt, du bist Ding, ey. So viele Pikmin sind wegen dir gestorben. Die sind irgendwie am Boden geliehen, ey. Die haben alle gar keine Chance. So, komm. Äh. Leute, wo die alle hinfliegen, ja? Alle weg. Einfach alle weggeflogen. So, der Boxer immer noch alleine, der ihn getrückt hat. Jetzt müssten ja auch die Fliegenden eigentlich wieder gut helfen können. Huah! Huah! Rauf da! Schnell, Mann! Okay, jetzt weiß. Ich hole die Fliegenden. Ey, dann will die wegfliegen, ey. Und wegsliden. Und warum komme ich jetzt nicht wieder hoch? Er will zu den Fliegenden! Das kann er aber voll vergessen. So, kommt schon. Oh, ja. Oh, weia. Okay, er ist im roten Bereich. Da hinten. Ich brauche eure Hilfe. So. Los, rauf auf ihn! Oh, die Fliegenden sind gleich alle auf EMA dran. Voll geil. Ja, toll. Die sind jetzt auch natürlich total schwach. Oh, wie die alle... Oh, nee. Nee, nee, nee. Die Fliegenden, Alter. Wenn er die abschüttelt, dann landen die alle im Wasser. Ganz toll. Ey, die pennen hier erst mal alle. Auf ihr Stand, Mann! Hier wird nicht gepennt. Bevor der Gegner nicht down ist. So. Oh! Alter, was? Alter! Vor allem, ich komme gerade rein und... Oh, mein Gott. Er hat alle umgebracht. Das ist ja unfassbar. Ey, das ist doch scheiße. Alter! War einfach so jetzt überraschend. Alter, das ist echt... Was ist das denn für ein Vieh, ey? Vor allem, der kann er auch schon mal machen. Was? Oh, genau jetzt, wo ich... Was soll ich machen? Ja, ist ja gut. Man soll das gar nichts machen. So, jetzt wird er sich da die anderen Pikmin schnappen. Autsch! Kommt schnell her, Leute. Kommt schnell her. Ihr müsst weg von dem. So, jetzt sind sie an Land. Okay, los, komm. Jetzt sind wir an Land. Jetzt können die... Schön wieder die... Die fliegenden Pikmin angreifen. Aber die so schwach sind, ey. Und der Tag ist gleich wieder vorbei, Mann. Los, kommt jetzt. Macht ihn down. Ja, geht doch. Oh, ey. Oh, geil. Eine Sternfrucht. Cool. So, einsammeln bitte. Bitte nehmt den Geheimgang. Gut, die nehmen den Geheimgang. Alles klar. Tja, Leute. Was war das? Fragt mich bitte nicht, was das war. Das war einfach nur krass behämmert. Ja. Jetzt ist Beeilung angesagt. Gut. Das schaffen sie vielleicht noch. Zwei Pikmin stehen hier irgendwo rum. Wo denn? Hier. Da chillt einer. Und da hinten ist einer. Okay. Ja. Der kommt jetzt natürlich nicht hier hoch. Leute, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin wirklich sauer. Und ich muss immer noch versuchen, diesen verdammten Scheiß... Ihr wisst schon was auszuregen. Und wo ist überhaupt... Ach, er ist hier. So. Okay. Ganz wenig im Feld nur, ey. So eine Scheiße. Über fast die Hälfte wieder alle verloren. Naja. So, ich muss gucken, wie ich hier hochkomme. Wie ich das hier machen soll. Dafür brauche ich ja die Leute. Hm. Wie kommt man denn da hoch? Ganz im Ernst. Jedenfalls haben wir hier alle Früchte. Dam, dam, bam, ba, dam, bam. Ja, dann gehe ich in nächstes Gebiet, wa, Leute? Oh, ich bin gerade ein bisschen demotiviert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch wieder blöd angestellt. Doppel Vieh, ey. Immer ein falscher Knopfdruck. Alle sind zugleich tot. In so einem Überraschungsmoment. Kommt einfach alle... Schmerzt. Einfach alle zermatscht. Ja. Wie komme ich jetzt bitte da hoch? Ich will da nach oben. Aber das geht ja von keiner Seite aus. Das ist total bescheuert. Ähm. Hier ist doch eigentlich... Hier ist doch so ein... Komm, hier müsste es doch eigentlich klappen. Nee, das klappt nicht. Das geht nicht. Nee. Äh. Wie zur Hölle? Das wird auch so nicht klappen. Wo ist die denn? Hä? Kannst du dich mal ein bisschen höher an den Bogen werfen? Ups. Äh. Ach, nee. Nee. Wie soll ich da hochkommen? Warte mal. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ist hier irgendwas? Warte, was hier weiterhilft? Hm. Nee. Natürlich nicht. Hier kommt er ja auch nicht. Hoorai Ocean probiert. Nee. Hä? Leute, wir sollen das gehen? Das ist ein komische Schneemann-Typ. Soll den Schneemann eine reinhauen? Ich kann jetzt den Schneemann eine reinhauen. Los, komm. Haut den Schneemann! Hm. Boah, ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Äh. Ganz ehrlich. Ja, werfen geht nicht. Was soll ich? Ich will das aber haben. Die Fliegenpicken genau nicht. Die Rutsche funktioniert? Nee. Da bin ich ja auch nur hier runtergerutscht. Hm. Naja. So geht ein Tag zu Ende. Ein sehr unzufriedener Tag. Wenn ich rausgefunden habe, wie ich da hochkomme, muss ich hier nochmal hin. Vielleicht hab ich jetzt sogar noch mehr verpasst. Ja. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt ins nächste Gebiet. Und hol mir da alles. Hehehe. Okay, also kurz wieder neu motivieren. Alles klar, alles super. Wir haben alle Früchte hier. Wir haben ein komisches, fettes Vieh besiegt, was uns nie wieder nerven wird. Und das finde ich sehr schön. Komm, jetzt bloß noch zwei Gebiete, die fehlen. Hm, hm, hm. Und dann mach ich aber erstmal das erste Gebiet da. Nicht da, wo wir Louis gejagt haben, sondern da, wo... Oh, ihr wisst schon, wo... Na. Wo wir zum ersten Mal mit Eif losgelegt sind. Wir haben etwas Neues. Eine Sternfrucht. Aber erstmal die Bitterbombe. Okay, die war denn doch nicht neu. Die hatten wir schon, genau. Ja, um, 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 um. Tchuch. Wie schmeckt eigentlich Sternfrucht? Hab ich noch nie gegessen. Okay, hat noch ein wenig Rest gereicht. Sternimitat. Ah ja. Wir sind auch drauf gekommen, dass das eine Sternform hat. Diese Natur, oder? Na ja. Hm, go, go. Wir haben so richtig schöne Nahrung schon. So, wie viele Früchte fehlen wir eigentlich noch? Mir fehlen bloß noch drei Arten von Früchten. Und vielleicht finden wir die jetzt sogar jetzt im vorletzten Gebiet. Und Sternimitat number two. Und wir haben schon 51 Früchte von 66. Nur mal so eine kleine Standardinformation, die ihr ja nicht sehen könnt. Die ja nur, ich sehe auf meinem Gamebutt. Mein Gamebutt. Wie die Japaner immer sagen. Dann lass uns das mal schmecken. Außer du, Louis. Du musst abnehmen. Oh, warum das denn? Go. Und die 46 Einheiten. Super duper. Kein so lange zocken, wie ich will. Kein nur alle Notizen holen, die ich möchte. Tag 31 geht wieder mit extrem viel Verlusten down. Und wie viel habe ich noch? Habe ich noch wissen mit? Ich habe immer noch mit jeder Pikmin-Rasse über 100. Ja, also das ist ja doch ganz cool. Oh, der Chef will was sagen. Wir haben heute viele Pikmin abkratzen lassen. Lass uns die Kameraden gedenken. Er hat das doch schon mal erzählt. Idiot. Wir müssen nicht immer jeden einzelnen Pikminen gedenken. Mann. Stell dir mal vor. Hier fehlen Pikminen einen Trauertag. So zum Beerdigen und so weiter. Obwohl, es gibt ja Geister zu beerdigen, weil sie mitunter manchmal in die Luft gesprengt werden. Komplett verdaut werden. Ja, also. Egal. Tag 32. Ich lasse mich gar nicht von der Zahl irritieren. Wir sind übrigens heute in Part 30. Ja, sehr stolz drauf. Okay, 16 von 16. 15 von 15. So, und hier war... Genau, da fehlen noch ganz viele. Ja, hier fehlen bloß noch drei. Aber nee, das kommt später, weil wir da schon waren. Obwohl, mache ich es hier ganz schnell? Mache ich es hier ganz schnell? Warte mal. In dem Gebiet kann ich mir noch aus. Warte mal, wo waren denn hier die Früchte? Ich gucke mal. Wo waren denn hier noch welche? Ähm... Nee, da hast du große Motta-Viehwesen, ja. Ach ja, eine ist auf jeden Fall da mit diesem... Ja, mit diesem Sessellift. Sag mal. Und wo dann noch? Ah ja, denn da, wo ihr Ding schon hingegangen ist, wisst ihr noch, wo der Käpt'n ganz kurz? Da sind die letzten beiden sogar. Nee, halt. Quatsch. Gut, dann gehen wir erst da hin, Leute. Dann gehen wir erst da hin. Das mit dem Sessellift mache ich ein andermal. Ich gehe jetzt erstmal gucken, ähm... Was die anderen Gebiete da waren. Ein Elektrozaum muss sogar noch kaputt gemacht werden. Und ansonsten... Mh... Ja. Ich probiere jetzt nochmal die mit der Zielfunktion aus, okay? Also ich hole mir jetzt erstmal nur gelbe. Und dann probiere ich mal aus, wie ich einen dann nachschicken kann zu... Zu dem Käpt'n, der jetzt da gleich reingehen wird. Okay. Hoi, hoi, hoi. Aber erstmal sowieso aufteilen. So. Du nimmst also einfach mal... Wir nehmen mal Wassertypen mit. Elektrotypen mit. Steintypen nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir noch Feuertypen mit. Äh... Halt ja nicht so viele. Und fliegende Typen, falls wir unten so ein Ding anheben müssen. Weil da reichen ja zehn. Ah. Kommt mal her. So. Dann, ähm, bitte kurz aufteilen. Und zwar gehst du mit den Gelben zum Elektrozaun. Der nochmal... Wo war? Der war... Da. Genau, über die Brücke. Einfach bloß rüber. Okay. Jö. Lalalala. Oh, hi. Hi, Kumpel. Hm, hm, hm. Hm, hm. Lasst uns schön in Ruhe. Lasst uns alle Freunde sein. Okay. Hier ist hoffentlich keiner. Hier ist keiner, oder? Nein. So. Gut. Dann macht ihr mal ganz flukierend den Zaun hier kaputt. Und Attacke! So. Inzwischen hier. Wir alle machen uns jetzt auf den Weg zu dem komischen anderen Ding. Das war hier, ne? Dann mussten wir hier durch. Genau. So, dann haben wir auch kein Problem mit dem viel gehabt. Weil wir einfach bloß alle Rauf auf ihn sagen! Ohohoho. 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 Alter wollen die Dicken da. Alle rennen einfach gegen. Du, 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 du. Na, komm her. Du bist auch down. Rauf auf ihn! Okay, irgendwie ist das mal schon mit dem Anvisieren irgendwie Dolly so, ja, als Koscher, wenn ich mal fast mein. Guck mal, ich visier grad an. Jetzt, äh, was zum? Rüsseling Leggings. So, down. Wird auf dem Rückweg eingesammelt. Gut, dann war das hier lang, genau. Und jetzt kommt gleich dieses komische Gitter. Dann bin ich auch mal gespannt. Oh, was ist denn das hier? Was mag das sein? Hört ein Geheimnis. Und wo geht's hier lang? Also, wieder runter. Hä? Trown alive? Schwäben? Und zähben? Du musst sie mal ein bisschen hin. Mach mal hin hier. Was dauert denn da so lang? Stup! Okay. Sogar was für die niedlichen, fliegenden Dinge. Halt, bevor ich euch noch im Endeffekt brauche. Geht's jetzt hier rein. Hier war das. Hier dürfte aber kein großer Raum sein, weil die Frucht gleich hier war. Ihr bleibt mal bitte ganz kurz hier. Ich muss gucken. Hallo? Nochmal so eine Seillift-Aktion hier. Okay. Und hier muss ich schieben. Okay, dann schieben wir mal. Vielleicht laut Karte sah es ja so aus, als ob der andere hier ankommt. Ich guck mal. Wie viel Zeit hab ich überhaupt noch für den Part? Ah, ein bisschen haben wir noch. So. Ich glaube, von der Seite aus kommt der andere zu uns. Das testen wir doch gleich mal, oder? Jaum. So. Hm? Hm? Ah! Man hat die voll allein gelassen, aber ist egal. So. Ah. Tatsächlich geht's auch für ihn hier rein. So. Hallo? Hallo? Hallo, Leute? Hier kann ich irgendwas rausgraben? Bomben oder sowas? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Was sind die tiefe Löcher? Iiiiih. Kleine Kram. Aber okay. Die sind ja nicht weiter schlimm. Habe ich mal. Außer diese. Okay. Warte mal, die sind bestimmt die in Teil 2. Ja. Und rauf auf ihn! Bitte hinten. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Nicht ertrinken, Kumpel. Nicht ertrinken, Kleiner. Ich hab dich doch. So. Komm mal wieder raus. Ich töte ich. Einsiedlergreifer. Füß, 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 füß. Und rauf auf ihn! Ja, bumm, bumm, bumm. Das gibt's doch einfach nicht. Doch hat der überlebt. Ja, falls halt nicht die Angriffspigmen sind, nicht wahr? So, komm her. Ja, da ist er wieder. Neuer Energietank. Denkt er sich hin, Patoilie. Und rauf auf ihn! So, der erste ist tot. Okay, weiter gucken. Warum mach ich das eigentlich mit dem? Ah! Oh mein Gott. Sagt mich, hier sind zwei. Sind hier zwei von den Typen? Nee, oder? Gut. Oh, hi, Leute. Geht's euch gut? Sehr schön. Da sind die Trauben. Ähm. Hey, die Trauben sind gar kein Problem. Da muss ich ja bloß, äh. Wie mach ich denn das? Äh. Okay. Das war's ja auch schon. Gut, dann wartet mal. Dann werfe ich mal einfach ein paar rüber. Ein paar blaue. Ja, und die sollen dann einfach das Ding tragen. Moment mal. So, halt. Oh, äh. Leute, das ist nett von euch, aber ihr müsst nicht unbedingt die ganzen Pilze, äh. Äh. Naja. So. Da schnell rauf. Okay. Und ihr, ähm. Ja. Bitte abtransportieren, ne? Schöp, 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 schöp. Gut. Was machen die hier mal richtig schön? Äh. Ähm. Oh, fallen gelassen. Okay. Muss ich jetzt immer genau abpassen, wie viele hier rauf müssen und so? Das ist ja mies. Ähm. Na gut, dann. Halt. Wartet. Höp. Höp, höp. So. Okay. Ach, halt. Okay, dann mach ich einfach ganz viele rauf. Höher geht's nicht als so, oder wie? Na gut, der ist ja gut. Wenn ihr ganz viele rauf müssen. Wartet, wartet, wartet. Ich brauch aber ein paar blaue. Äh. Ein paar blaue, die mir helfen. Das Vieh-Platz zu machen, natürlich. Nicht wahr? So, die rennen doch nicht alle gleichzeitig da rüber. Da geht doch fast gar nicht. So. Kommt her, gelbe. Ihr transportiert die Frucht ab. So. Aber erstmal rüberwerfen. Und dann bitte alle einzeln abtransportieren. Kriegt ihr das hin? So. Gucken, ob die das schaffen. Äh. Ja, okay. Gut. Eins. Mike ist ganz billig hier. Zwei. Und so einem Abstand müsste der eigentlich klappen. Drei. Da, 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 da. Vier. Dumm, da, da. Fünf. Sechs. Sieben. Ach komm, das schafft ihr alle mal los. Okay. Dumm, da, dumm. Und wir blauen. Unsere blauen Armee. Mach jetzt auch eine Fee-Down-Down. So, kommt mal her. Wo ist er denn? Wo ist er? Oh mein Gott. Ey, sind jetzt zwei. Das kann doch nicht zwei hier sein. Äh. Okay, eins ist kaputt, ein Auge. Oder das ist einfach nur so ein Typ, der in zwei Löchern einfach hockt. So, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, nicht getötet. Mann, rauf auf ihn. Ja, ja. Neue Frucht erhalten, Mann. Neue Frucht, Mann. Wir sind cool, Mann. So, ich glaube aber, der ist einfach nur so ein Typ, der hier die Löcher wechselt. Wechseln kann. Huhuah, huu, 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 huu. So, auf ein Auge rauf, aufs andere Auge rauf. Und Ausweichrolle. So, ein Auge ist down. Und wir down noch das zweite Auge down. Yeah. Okay, und rauf. No, 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 no. Okay, Leute, ähm, ja, was das bringen soll, weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht einfach nur ein leckeres Essen oder so für die alten Pigment. Und hat der noch eine Frucht. Der kann ja keine Frucht haben. Oh mein Gott, okay, der taucht wirklich aus zwei Löchern auf der alte Sack. Doch, klar, doch, hier ist eine zweite Frucht noch. Okay. Okay, okay. Ein Auge ist kaputt. Und das andere Auge auch gleich. Ja, ich sehe jetzt nicht, kann ein Brett vorm Kopf. Schön. Huhu, der hat die andere Frucht. Unterhalten, Mann. Okay, 16, 17 Früchte haben wir schon. Yeah, noch eine Sternfrucht. Wie geil. Okay, wo tragt ihr das jetzt lang, wenn ich mal fragen darf? Ich muss mal fragen. Äh, Leute, ihr tragt das falsch. Ah, sie tragen es richtig. Gut. Und wir haben die komplette Frucht erhalten. Super, 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 super. Dann können wir hier abhauen. Vielleicht schaue ich ja sogar noch. Ach, mein, äh, äh, Leute. Jetzt kommen die alle hierher. Jetzt kommen die alle hier angeschissen. Uah, nein, ich hab's gewusst. Ähm, aber ist ja egal. So, kommen alle her hier, alle hier lang. Aua, was so, was so, hä? Hä? Ah, ich wurde von dem Ding zerquetscht. Ist ja auch ganz lustig. So, kommen alle her hier. Gut, Leute, jetzt habt ihr vielleicht sogar noch Zeit, die letzte Frucht dazu holen. Die allerletzte Frut. So, da kam wirklich noch ein Gelber angeschissen. Mann, ey. Muss ich den auch wiederholen. Das ist ja manchmal, also, das ist, äh, oh nein. Och, Mensch, ey. Der Dick wird davon eingesperrt. Das ist ja echt, also, nee. Was soll das denn? So. Bitte hier alle, alle mitkommen. Die sich verstecken. Was soll denn der Quatsch? So, du kommst oh mit. Kann ich schon trotzdem wieder ihn vergessen, den ich hier gerade nicht sehen kann. So. Warum steht der jetzt hier rum? Komm mit, Mann. So, hab ich alle? Ich hab alle nicht. Dann kann es mir auch egal sein. So. Jetzt, es war genug mit der Rumrotzerei hier. Wir haben es geschafft und wir müssen noch eine Frucht holen. Und dann ist Feierabend hier. Dann hau ich ab. Noch nicht ganz. Ich hab noch, naja, nicht mehr viel Zeit für den, für die andere Frucht. Aber ist egal. So. Da muss ich mich auch bloß gut anstellen, sag mal. Oh, oh. Schnell, Leute. Schnell, Leute. Ganz schnell weg. Gut. Wo macht ihr denn denn? Wo tritt ihr denn denn lang? Na, ist egal. So, bitte nicht ins Wasser, ne? Ihr habt Brot dabei. Gut. Sehr schön. Ähm. Den Pan ist aber an den euren komischen kleinen Knollenauge vorbei. Ist egal. La, 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 la. La, la, la. Okay, ich muss jetzt gucken, wie ich das mit dem, mit dem Flaschenzug da mache. Okay, Leute. Das kommt aber wahrscheinlich erst wieder im nächsten Part, weil wir hier schon wieder durch sind. Ja. So, dann will ich jetzt aber hier Pikmin mitnehmen. Die sollen sich mal ein bisschen auffrischen. Haben sie sich verdient. Ja. Bis zum nächsten Part so ein bisschen so. So. Ohne Dicke. Da steht da rum. Weißt du, was er da machen soll. Was soll ich denn hier machen? Egal. So. Ein paar mehr Rote noch. Voller G geworfen. Toll. So. Äh. Jetzt kriegen die pinken. Die pinken Pikmin. So. Haben wir hier alle? Na, bestimmt nicht. Und neue Fruchte halten. So, leider hat er auch so eine Traubenfrucht, hat er nicht viel gebracht, leider. So. Und jetzt fahren die gleich hier vorbei an dem neuen, netten Typen hier. Deswegen muss der erstmal schön sterben. So. Okay. Stup, stup, stup. So. Haben wir alle? Sechs fehlen noch. Die bringen hoffentlich die Sternfrucht gleich. Ja, okay. Könnte auch sein. Könnte sein. Ach, Leute. Ein schöner Part, wie ich mal wieder finde. Ist egal. Ne, ist egal. Ich finde das Spiel trotzdem schön. Mein Fazit habe ich ja... Ich habe schon einige Kritikpunkte, die ich bei meinem Fazit sagen möchte. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt noch schaffe jetzt mit der euren Frucht. Aber ist egal. Wir haben alle 100 Pikmin bei uns. Das ist schön. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich möchte ja jetzt nicht das Spiel schlechtreden oder hier alle möglichen Hektik machen und so. Ich will es ja trotzdem genießen. Dann wirkt sich das auch hoffentlich positiv auf euch auf als Zuschauer. Pikmin ist einfach toll. Das war Part 30. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.